Hallo, ich bin Maxi, Geschäftsführer und Gründer von Datenberg. Vor knapp vier Wochen erzähle ich einer Jugenddame beim Gründergrillen davon, was wir eigentlich machen. Datamining für die Qualitätssicherung in der Produktion. Und ihre Antwort war, boah, ist das langweilig. Dabei ist das, was wir machen, für die Qualitätssicherung ziemlich spannend. Davon möchte ich Sie heute Abend überzeugen. Das Schlimmste, was in einer Produktion passieren kann, ist der Bandstillstand, wenn beispielsweise wegen einem Fehler nicht weiter produziert werden kann. So stand letztes Jahr bei VW das Band für knapp eine Woche. Nach einer Schätzung von UBS kostete dies VW pro Stunde knapp 600.000 Euro. Fehler zu vermeiden und beste Qualität zu liefern, sind ein Industrieunternehmen Aufgaben der Qualitätssicherung. In einer digitalisierten Produktion sind das wichtigste Mittel hierfür Messdaten. Es wird nach jedem Prozessschritt werden die Produkte vermessen und Messdaten erhoben. Dabei entstehen so viele Daten, dass es mit gängiger Software nicht möglich ist für den Menschen, diese umfassend zu betrachten. Und hier kommt Datenberg ins Spiel. Mit unseren Algorithmen gruppieren und reduzieren wir die bereits erfassten Messdaten, um konkrete Anwendungsfälle zu lösen. So muss der Nutzer nur noch seinen Anwendungsfall auswählen und bekommt passende Lösungsvorschläge angezeigt. So ermöglichen wir unseren Kunden, den Fokus auf die relevanten Daten zu legen, Informationen in ihren Daten zu entdecken und schnell handeln zu können, ohne Mathe studiert haben zu müssen. Denn das hat bereits Svenja, unsere Mathematikerin und Mitgründerin, zusammen mit Neil, unserem Informatiker, kümmern sie sich um die Softwareentwicklung. Ich als Wirtschaftsingenieur beschäftige mich mit allen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Zu dritt haben wir letztes Jahr den Audi Smart Factory Hackathon gewonnen und dabei eine innovative Idee zur Messdatenauswertung erarbeitet. Basierend auf dieser Idee haben wir als Datenberg dieses Jahr im Februar gegründet und sind zur Zeit der Prototypenentwicklung mit einem Industriepartner dran. Um ein skalierbares Geschäftsmodell zu ermöglichen, möchten wir danach in die Entwicklung eines Softwareproduktes einsteigen und dieses über ein Lizenzmodell am Markt vertreiben. Unsere Zielgruppe ist die Qualitätssicherung in der Produktion, egal ob diese Schrauben, Waschmaschinen oder Autos herstellt. Bis 2020, schätzt PwC, werden weltweit knapp pro Jahr knapp 900 Milliarden US-Dollar an Industrie 4.0-Lösungen investiert werden. Datenberg hilft seinen Kunden einen großen Schritt weiter in Richtung Industrie 4.0 und Smart Factory zu gehen. Von daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt mit Datenberg durchzustarten. Ich hoffe, ich konnte Sie davon überzeugen, dass Data Mining und Produktion ein sehr spannendes Themenfeld ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich später auf spannende Gespräche. Ihr erkennt uns an unseren Polohemden. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.